Wir vernetzen uns zwar weltweit, aber vergessen dabei, was bei uns vor der eigenen Tür passiert. Bei «District» lernen sich drei Zweierteams aus einem Berner Quartier in dreien Games kennen und sammeln so Punkte für ihr Quartier. Ein Würfel führt sie zusammen, hilft ihnen beim Kennenlernen und führt sie durch das Spiel. Das Gewinnen gibt es 2'000 Franken. Das Gewinnen gibt es 3'000 Franken.